Ich hoffe, man kann sich rasieren. Kann man nicht. Was kann man nicht? Sich rasieren. Sogar eine Erklärung. Sogar. Es war kinder für dich auf der Cross. Live. Love. Burn mit Life. Slay und Survive. We will meet again, Deadman. Ich muss eben heilen. Ach ja, ich bin ja auch noch dabei. Was passiert, wenn ich jetzt klettere? Lass ich dann alles los? Ja. Toll. Er ist verletzt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie man vernünftig runterklettern soll. Okay. Oh, hier hat schon jemand gebaut? Da hinten? Ja, das große, wo ich hinschaue. Da im Wasser, ne? Ja. Am Wasser, keine Ahnung. Store Goods. Creator Home. Find Shelter. Ja, das ist ja alles zusammenhängend. Da ist schon wieder so ein Lager. Aber da sind auch nur zwei drin. Ich bin fast voll geheilt. Soll die hauen? Ich bin auch fast voll geheilt. Okay. Jeder nimmt sich ein und geht zur Seite. Irgendwo mit uns. Sich gegenseitig töten. Hallo? Kommt nochmal. Das sind drei, scheiße. Nimm du den einzelnen. Aufpassen. Das ist mega cool mit dem großen Schwert. Ich würde gerne mit drauf hauen. Ah. Ja, mach, mach. Ich brauche Ausdauer. Ich hau leider immer vorbei. Ich hab wieder Ausdauer. Oh, ich geh zurück. Wow. Ich hab ne Hand abgehauen. Mein Screenshot. Oh, Gott. Wie sieht er bei dir aus? Ach, du machst auch so... Hä? Ich muss das Glänzen ausmachen. Ich glaube, das macht alles scheiße. Was hast du denn für... Wieso glänzt das bei dir? Ich weiß es nicht. Bei mir glänzt es noch immer. Weil es nass ist. Egal. Aber noch nicht wie ein verdammter Transformer, Mann. Ach, Mann. Ich hasse, dass das die Rolle rückwärts macht. Ich geh auf die andere Seite und da würde ich gucken, dass wir uns da was zurechten. Ach so, da ist ein Tier wieder. Ein Non-Agro. Also hier bleiben. Das sieht schon dschungelig aus hier. Also auf der Südseite. Ja, hätte ich gedacht, oder? Da ist es quasi, wo meine Markierung ist. Ja. Ah, hier ist eine Furt. Pilz? Wo ist hier Pilz? Meinst du, den Baum hier kann man fällen? Okay. Ich glaube, da passiert nichts. Was ist denn da? Nein, ich krieg nichts. Aber das Gute ist, wenn die bei mir so glänzen, die Krokodile. Ah, da ist ein Krokodil! Alter! Das glänzt nicht! Wenn die Krokodile so glänzen! Das ist Krokodil! Ah! Die Bims, dem aufgehört, haben Hand zu klettern. Oh, ich hatte hier genug Stein drin oder hast du hier Stein reingelegt? Ich habe da keinen Stein rein. Hätte ich da gewusst, dass da Stein ist, hätte ich weitergebaut. Hier sind 572. Und ich glaube, die Pilze kann man nicht kochen. Schade. Da 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 da. Man muss Enter gedrückt halten, oder wie? Enter? Ich weiß nicht, was du willst. Der Taste beim Klettern. Ähm... Okay. Gut zu wissen... Bei mir ist der nämlich sonst immer runtergefallen. Du hüpfst draußen rum? Ja, ja. Jep, jep. So... Warum geht denn das immer? Shredded Roast war fertiges Fleisch, ne? Soll ich G-Tiere töten? Ja, Roast war fertiges. Wenn du siehst, dass hier das Eisen fertig ist, kannst du ja bitte rausnehmen, oder so. Danke. Soll ich den Puma hier wegmachen? Ja, ne? Oh, ne? Oh, ne? Opsala. Das war eigentlich zu viel, was ich sagen soll. Ich sterbe gleich? WTF? Warum? Warum? Ich muss mal eben in Sicherheit klettern. Oh, das war knapp, ey. Oh, der Champion ist tot. Der Champion, der Champion, der ist tot. Ich finde das immer traurig, wenn die Kili da sterben. Da führst du den Tod an und erleidest ihn selbst. Hm. Poetisch. Hast du grad Fortnite gespielt, oder warum? Hast du grad Fortnite gespielt, oder warum? Was wartest du ein Tango? Ah, du bist. Oh, jetzt hat er doch ein Tango gespottet. Ein richtiger Tango-Spotter. So. So, wo krieg ich hier einen Stein her? Hier unten wirst du keinen mehr finden, es sei denn, der ist nachgewachsen. Findest du das gut? Dass der nachwächst, ja. So, hier alles entsteinst. Ah, fuck. Wieder vergessen, dass der scheiß Panther hier ist, den wir irgendwie noch nicht besiegen können. Oh, fuck. Das Gute ist, wenn einer jetzt einbrechen will, der muss an dem Panther vorbei. Das Gute ist, der Panther ist jetzt bei uns drin. Im Haus. Ich mach die Tür vor dem Zug. Denkst du, ich bin sicher? Auf einmal steht er neben mir. Ey, ist das dumm. Oder kann ich die jetzt so nehmen? Oh, wie soll das denn? Oh, das ist auf dem Fackel-Slot. Oh Mann, das ist richtig dumm. Kann ich die jetzt hier hochziehen? Oder müssen wir außen rumgehen? Oh, der arme Kopf. Geht das? Geht die weiter? Ja, 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 ja. Die hängt zwar irgendwo so in diesem Boden drin. Oh Gott, die werden Kopfschmerzen haben. Vor allem, die verschwindet so mal eben durch die Tür. Nee, ich glaub, da krieg ich die nicht durch. Ich geh außen rum. Kommst du? Oh Gott. Jetzt haben wir's verkannt. Ups, sorry. Aber Hauptsache Waffe und Gassileine geht. Und danach, wenn ich die drin hab im Sklavenrad, hol ich den Krieger. Den hab ich irgendwie nicht mehr gefunden. Das war mir aber auch grad ganz lieb. Hier rum ist richtig, ne? Jaja. Müssen nur gleich beim Jaguar, der wird aggro ziehen. Dann lenkst du den vielleicht kurz ab. Und ich geh mit der dann zum Sklavenrad. Der müsste hier vor uns sein. Oh, der ist noch nicht respawnt. Oh, hier steht er ja. Hi. Was ist das? Das ist ein kleiner Jaguar. Oh nein. Oh nein. Peter anrufen. Oh nein. Ich hab voll viel Punkte reingepumpt in Encumbrance. Ich hab da vorhin das zweite Ding geholt. Soll ich vielleicht auch ein paar mehr Punkte reinstecken jetzt? Ich lauf jetzt grad, als wenn ich die Hosen voll hätte. Oh, weißt du was? Ich mach mir den Schrein jetzt und sitz ihn irgendwo hin. Der kostet ja nur die normalen Materialien und kein Eisen oder sowas wichtiges. Das war aber früher, glaub ich, anders. Da musstest du ja... Also ich brauch Zwirn und Stein und Holz, wovon ich grad genug dabei hab. Ich wollte das Ding so oder so bauen. Ah, da ist ein Panther. Kannst du schon selber besiegen? Ich denke nicht. Ich weiß auch nicht, woran's bei mir hapert manchmal. Oh, 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 oh. Ich kann leider nicht rennen. Ich kann... Ja, renn weg, das geht ja jetzt mittlerweile, dass du abhauen kannst einfach. Was ich übrigens gut finde. Hast du einen Platz für mein Altar oder soll ich mir selber was hier suchen? So, das war auch der erste Tag im Leben eines Barbaren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein neues Video verpasst. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!